Ja, es hat sich Spass gemacht, wie gesagt, ich denke mal zwischen Weihnachten und einem Jahr haben wir wieder die letzte Probe. So ist es meistens, vielleicht wissen wir es aus der Dose in zwei Wochen und nach Weihnachten ist es auch nochmal ein bisschen schön, wenn man dreht sich, gell? Also, wir verabschieden uns mit einem klassiker, ja, ein richtig schön Stück mit der Mutterleiter. Danke, haben Sie viel Spass, Denitschka oder Tolka, nur 37. Danke, haben Sie viel Spass. Danke, haben Sie viel Spass. Danke, haben Sie viel Spass. Musik 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 Ich hab auch an die Brunnen und nachher geht's von der Brunnen. Bis nächstes.